Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation und wir sind in Sequenz 5 angelangt und ich würde sagen wir verlassen mal auf direktem Wege das Lagerhaus weitergemacht haben wir ja noch nicht der putzt immer noch oder streicht immer noch die Tür und wir gehen hinaus wir sollen einen Anwerber finden betöre bestimmte Herren um besondere Broschen zu erhalten ok habe ich jetzt noch nicht von mitbekommen aber Broschen interessieren mich eigentlich auch nicht aber hier haben wir irgendein guten tag hier haben wir irgendein Symbol ich weiß gerade nicht was das hier sein soll ob hier irgendeine Person betört werden kann hier bin ich sicher ja schön hallo nein ich will nicht stehlen ach guck mal da oben das könnte doch was sein wenn ich jetzt hier mal komme ich irgendwo unauffällig hoch nö ne dann ist es auch egal ja kommt so ein bisschen ist scheißegal wird ja immer so häufig resettet da ist es mir wirklich wumpe hallo ähm ich könnte den jetzt bestehlen aber nö achso ich müsste wahrscheinlich als Dame dahin kommen damit ich den betören kann na gut egal wir laufen erstmal in Richtung Ziel das uns hier an der Karte angezeigt wird ein paar Vögel schwirren hier auch vorbei ja der der bemerkt uns doch nicht oder so gut wie nicht komm nicht mehr so wir laufen einfach immer weiter geradeaus über den Dächern vorbei an den ganzen Leuten auch wenn die uns teilweise bemerken halte ich doch fest Diablo bla 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 so bei mir ist es gerade hier ein bisschen laut von der Hintergrundmusik aber ich weiß nicht wie das bei euch sein wird und wir sind jetzt hier in dem grünen Gebiet und sind unten guten Tag die sprechen ja alle französisch das geht doch nicht hier in Paris oder wo auch irgendeine andere Stadt ist das auf jeden Fall ist es ähm ich lauf erstmal hier hin ich lauf gar nicht mehr ja ok guten Tag was wollen sie von mir oh ich soll einen verdächtigen verfolgen das tun wir mal direkt guten Tag desto eher droht die Entdeckung ja natürlich aber hier hinter der Wand sollte er mich jetzt nicht unbedingt sehen können der sollte nur mal ein bisschen schneller vorangehen weil da vorne ah er geht weiter weil die Wachen sind mir jetzt auch nicht unbedingt geheuer so sollen wir uns mal wieder voran wagen ich würde sagen jetzt so ein bisschen ja 15 Sekunden no problem achso alles cool na was geht ab der macht irgendwas der sucht irgendwas ab oder so gut der geht weiter noch ist unsere Zeit nicht gekommen so das Ziel ist so weit entfernt doch was ich sehe ihn immer noch der falsch irgendwas mit den Leuten ne ne du siehst mich nicht so ja ich gehe mal direkt hier hinter und warten wieder ein bisschen wir sind hier gerade am Friedhof wenn ich mich nicht ganz irre da ich irre mich kann auch sein ja komm schnür dich noch schön die Schuhe zu läuft alles und beweg dich mal ein bisschen schneller nach vorne danke sehr ja ja alles cool ich weiß nicht wie ich ah ok wie ihr hier sehen könnt ist mein auftraggeber bereit sehr großzügig zu sein so scheint es dann werdet ihr euch uns anschließen sie haltet sie ach nö ich kann doch nicht kämpfen und ich muss ihn verfolgen alles cool alles cool ich verfolge ihn einfach ohne irgendwas zu beachten natürlich alter sind wir bekannt ist nicht unbedingt die beste Situation für uns aber ich laufe hier einfach mal weiter auf dem Boden natürlich ohne jetzt hier irgendwie auf den Dächern herum zu springen nein du bleu was denn ouch nein haben wir es geschafft gerade so nicht volle Synchro und wahrscheinlich auch volle Bekanntheit ne noch nicht mal rote Zonen jetzt nicht mehr so äh was ist jetzt unsere Aufgabe wir kommen hiermit glaube ich auf die Kartenansicht genau keine Missionszettel natürlich wir könnten erstmal nach ein paar Schätzen suchen worauf ich jetzt aber keinen Bock habe von daher ja nein ich will jetzt nicht die Messer haben ich habe hier doch noch irgendwo so ein Symbol gestiel hungers um ich brauche keine voodoo puppen oder so äh was machen wir jetzt denn hier da kommen wir eventuell rüber das sieht eigentlich ganz gut aus guten Tag meine Herren mhm dann würde ich was suchen da ist ein Ausrufezeichen vielleicht gehen wir einfach mal dahin ach man manchmal ist es zu einfach hallo so den Anwerber lokalisieren unentdeckt bleiben das schaffen wir ja wohl also unentdeckt weiß ich nicht auf jeden Fall lokalisieren spring drauf so wir gehen hier oben auf den warrikanen weiter und da vorne ist das Gebiet in dem er wohl zu finden ist so oh hallo ähm die sind weg wir laufen kurz weiter sind da oben welche natürlich nein ich bin nicht da gut ähm wie machen wir das am besten am geschicktesten da unten laufen sehr viele Leute vorbei und die achten natürlich alle sehr stark auf uns ist die Tür da extra markiert ich weiß es nicht da dürfen wir auf jeden Fall glaube ich noch nicht vorbei huschen na hau ab her sehr brav so kurz mal hier rüber und hoch mit uns so wo müssen wir denn hin oha ich hab nichts getan ähm ähm was ist das für ein Sound ich weiß es nicht auf jeden Fall können wir den einfach mal plündern würde ich sagen wir haben ja Zeit den interessiert das auch nicht dass wir hier einfach mal herumlaufen warte sollte eigentlich reichen ja der läuft einfach vorbei sehr schön von daher gehen wir einfach mal auf das Dach und jetzt hier rauf und hier runter und hallo ich muss sie nur lokalisieren nicht weg zu gehen scheiße oder hat's gereicht es hat gereicht oder äh ganz böse Situation ich weiß nicht wo wir jetzt ähm spawnen natürlich im Animus natürlich aber jetzt ist die Frage wo bleiben wir freigekämpft eine Frau ach wir müssen nochmal alles machen okay auch eine gute Möglichkeit zack und ich werde jetzt ein bisschen schneller das machen zack und ich würde sagen wir springen jetzt mal direkt hier hinunter guten Tag guten Tag ich weiß nur nicht was dieses ähm was dieses Zeug hier bedeuten soll ich springe einfach mal hier hin hallo hallo die und einen haben wir noch da vorne da guten Tag so wir haben jetzt wohl genug Aufmerksamkeit ist wohl erregt würde ich sagen so nächster Versuch den Anwerber ohne entdeckt zu werden ja das ist ein Problem gerade ähm ich verstecke mich einfach hier hinten und kletter hier hoch ist glaube ich das einfachste kommst du hier nicht hoch? vielleicht hier? ja sehr schön ähm guten Tag meine Herren sie wollen wahrscheinlich nicht nochmal getötet werden hm ohne entdeckt zu werden ja hab grad so ein kleines Problemchen und zwar dass ich entdeckt wurde aber nicht mehr lange so alles cool, alles cool wir haben ihn lokalisiert und jetzt müssen wir nur noch ihn irgendwie töten nur noch da oben steht einer ich würde sagen den killen wir zuerst am besten jetzt tschüss sag mal in dich zusammen dann kann ich dich nämlich plündern genau und na guck mal wir können da auch drauf bla 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 wir können da auch drauf schießen wenn er sich da hin bewegt äh wie war das? können wir mit er unsere bum 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 wir haben keine erstmal hier ausrüsten ähm nehmen wir das noch tanf weiß ich w das ist auch Untertitelung des ZDF, 2020